Hey YouTube, was geht? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Packs bekommt und welche Änderungen es zum letzten Video von mir gab. Als allererstes müsst ihr eure Twitch-Drops aktivieren. Ein Video dazu findet ihr oben rechts in der Info, wo ich alles genau erkläre und zeige. Dann kommen wir zu den Änderungen, die es bei den Packs gab. Und zwar startet das Ganze vom 5. Februar, 18 Uhr unserer Zeit, bis zum 9. Februar, 7 Uhr unserer Zeit. Und jetzt bekommt ihr statt alle 8 Stunden, alle 5 Stunden ein Pack. Und dann noch vom 15. Februar, 9 Uhr unserer Zeit, bis zum 17. Februar, 5 Uhr unserer Zeit, läuft das genauso. Auch alle 5 Stunden bekommt ihr ein Pack. Vorher lag das Ganze bei 8 Stunden. Das haben die geändert. Link zu dieser Seite packe ich in die Infobox, da könnt ihr selber nochmal nachschauen. Und jetzt kommen wir zu den genauen Streamern, die ihr dafür schauen müsst. Und zwar ist hier rechts ein Link. Da geht ihr rauf und kommt auf diese Seite. Hier steht genau, welches du mir auf ihr schauen müsst. So wie Baloo, Bikini Body, King George, Kickstar, Zander. So sieht das Ganze aus. Dann schaut ihr einfach King George zu. Hier steht auch Phase 3. Twitch-Drops, bla bla bla. Drops aktiviert. Die schaut ihr einfach. Alle, die hier stehen. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video war hilfreich und hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, joint gerne meinen Discord. Der Link dazu ist in der Infobox. Lasst gerne ein Follow da, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.